Der Adler darf sich das Nest erreichen. Umzingle ihn mit Vögeln oder treibe ihn zum Spiegelfeldrand. Klicke auf den Vogel, dann lass es auch noch auf das Feld und dass er sich bewegen soll. Achso, wenn du dich bewegst, wird der Adler sich auch bewegen. Ja, und den musst du jetzt einkreisen, dass er sich nicht mehr bewegen kann. Wie Schach. Schachmatt. Also ähnlich wie Schachmatt. Nachziehen, hochziehen, ja. Hochziehen. Oh, jetzt ist es ein bisschen schlecht. Und ich gehe da entweder hoch oder runter. Nach unten. Ich mache da wieder genau. Bin ich sicher, ob ich so, der wird ja abhauen. Wobei, er kann ja nur noch hoch abhauen. Was, wenn du dem jetzt so folgst und dann immer... Oder so zumachst, so hoch gehst. Was, mit dem hoch? Ja. Ach nee, mach wieder zu. Jetzt kannst du... Oder? Ja, er wird bestimmt hier hingehen. Ja, jetzt mach zu. Solange er nicht abhaut, kannst du noch einen mitholen. Ja, mach jetzt hier zu. Und dann kannst du dir jetzt langsam einen kesseln. Hol am besten noch einen, dann muss er nämlich nicht jetzt einmal bewegen. Bewege den noch zweimal, der wird sich nur hin und her bewegen. Noch mal. Jetzt schieb den da runter. Schieb den da rein. So, und jetzt kannst du den da... Äh, schieb den weg. Und jetzt den da runter. Warum ist der immer noch hin? Was soll das denn? Aprikose. Kettensäge! Muss die überhaupt? Wie kann man sowas Großes nicht sehen? Hahaha. Äh. Ja. Ich hab die Kettensäge gesehen, das ist ja... Bleistitzspitzer. Ring? Nein, ich sehe das auch. Chameleon. Schneemann! Himbeere. Ah, Himbeere sehe ich. Wolf. Kamera. Bleistift... Bleistift... Bleistiftspitzer. Ah, ne. Hm? Ich bin nicht willkommen. Willkommen. Ja. Kreuz. Hm. Pff. Ja. Äh. 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 Kreuz ist... Kreuz ist gerade alle. Musst du dir was anderes suchen? Kreuz. Ja, ohne Witz. Ich weiß, was überkommen genau. Das Kreuz. Wo waren das noch? Das erste Mal gemacht. Mit Brettern hier? Wo waren das Kreuz? Das war an der Wand, oder? Bei den Brettern. Auf der linken Seite, wenn man zurückgeht. Ja, doch. Wenn du zurückgehst, dann schnee man... ...nach links. Geradeaus. Und da. Ach du Scheiße, ja. Und... ...ja. Äh. In jedem Feld wird angezeigt, wie viele der Lampen um das Feld jeweils aufleuchten müssen. Okay, die richtige Anzahl Lampen auf dem Spiegelfeld. Äh. Wie viele Lampen um das Feld jeweils aufleuchten müssen? Also theoretisch müssen am Ende am Faden leuchten. Ja, okay. Oder? Ach so, das sind die Lampen, die kleinen Dinger. Da leuchtet doch gar nichts. Drück mal auf die Kleinteile. Okay, um das hier müssen drei leuchten. Hier müssen zwei leuchten. Oh Gott. Ach so. Ich lese, glaube ich, den Text einfach nicht ordentlich genug. Nee. Weißt du, wie in der Schule. Man hat die Flüchtigkeitsfehler, wenn man den Text nicht richtig liest. Um das Feld jeweils. Ja. Ich habe gedacht, das ist das Feld. Was? Hier müssen zwei leuchten. Hier müssen zwei leuchten. Meistens zwei hier in der Mitte. Es sind immer drei leuchten. Hier sind sogar noch ein paar Dreier verteilt. Noch zwei. Ja. Aber das bei jedem Feld. Das sind auch zwei. Auch zwei. Auch zwei. Auch zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Es ist falsch, es sind nämlich vier jetzt hier. Eins, zwei, drei. Drei. Da noch eins. Nein, es ist falsch, es sind wieder vier. Eins. Das geht so nicht. Nein, ich schau grad. Boah, hier ist ein vier. Okay, das ist so einfach. Da musst du einfach vier. Alle außen rum. Vielleicht, wenn man bei der vier anfängt. Guck mal, da müssen alle Felder da sein. Und hier müssen es drei sein jeweils. Okay, jetzt hier müssen es drei sein. Hier müssen es drei sein. Und hier müssen es drei sein. Das heißt, hier kann es ja nur eins von den beiden sein. Ja, wo ist es? Über das hier, oder? Dann muss aber das hier auch sein, denke ich mal. Dann hat es nämlich schon eins. Dann wäre hier aber keins, ne? Okay, wäre nicht schlimm, wenn es hier geht. Äh, eins. Äh, die. Die. Das, zwei. Ja, mach mal mit. Das geht zwar auch nicht. Also, das geht hier so nicht. Warte, das kannst du ja nicht nur zwei hinkriegen. Okay. Das sieht gut aus. Okay, hier müssen es jetzt, glaube ich, die sein. Weil hier geht es ja nicht, weil es wären vier. Die? Ja. Zwei Hammerschäden. Aber hier wären es zwei, das wäre zu viel. Das geht, das geht hier aber auch nicht. Hier sind es drei, aber hier sind es auch drei. Bei der zwei. Die zwei hat jetzt drei Lichter. Das funktioniert nicht. Weil hier kannst du keins machen, weil da wären es ja vier Lichter. Und hier wären es drei Lichter. Das geht da auch nicht. Okay. Nee, die sieht das nicht. Man sollte noch demnächst Pause machen. Mach mal die auch aus. Spick. Vier, drei. Okay. Drei, drei, zwei. Und jetzt hier auch hier, oder so zack, zack. Ah. Ist das aber drei? Ja, stimmt. Ja. Ich würde auch mal jetzt hier ganz machen. Ja, geht nicht. Nee, nee. Was ist, haben die alle dann immer drei? Weil die brauchen ja drei Lichter. Oh, ich finde, dass wir das lösen machen. Ich mag das nicht. Ich finde es doof, irgendwie. Ja, dann mach. Nee, klar. Du kannst ja weiterprobieren, dann kannst du ja was trinken, während du lösen. Ja, dann müsste ich aber selber probieren. Magst du nicht? Müsste ich aber mit der Maus probieren. Ja, dann mach ruhig. Ich gehe ja ewig mal. Hm? Geh nur ewig, ne? Ja, dann greife ich mal um über dich. Oder willst du gerade Seite wechseln? Nee, ich würde was trinken gehen. Ach schon. Nee, kannst du einen Laptop tun quasi nehmen. Dann gib mal kurz den Kollegen her. Oh, mein Hintern. Kann man sich hier gut zurücksetzen? Was ist denn los? Was ist denn los? Was gibt es denn los? Eins, zwei, drei, vier, drei, drei, zwei. Drei Drei Zwei Drei Drei Drei, zwei, zwei Was fehlt denn hier noch? Ach, da unten Drei, zwei Ah, kacke, das geht ja gar nicht Ja, das geht ihm ja alles nicht Hm? Zwei ist schon, ist schon Ist schon Ist schon Aber das braucht hier drei Und das kriegt es eben nicht mehr Joak Juuuuh 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 Ich drücke jetzt auf lösen Guck dir das mal an Jetzt hört ihr ganz kurz Wollen wir eine Pause machen auch? Wie braucht's? Ich hab auch Hunger Ich hab eigentlich nicht Hunger Ich hab eigentlich nicht Hunger Ich kann sich irgendwas machen eigentlich Wir wollten doch was machen dann Ja, ich weiß nicht, was ich brauch eigentlich Warum nicht? Toast Toast Echt jetzt? Ja Ja gut, dann machen wir noch weiter ein bisschen Ich nehm den Auch um acht Was machst du denn? Ich hab mir ahne, irgendwas hab ich hier grad irgendwie Probleme Du hast Probleme? Ja Ist nur noch ein Stöpsel Der Tön Jedes Tönchen gibt ein Bündnis Die Tür, ähm Die Tür ist umgefallen Ja im Fall Da war ich schon ein bisschen, wie sie bewegt sich jetzt Äh, weil er sich halt bewegt Jetzt kannst du aber über die Böcke Jetzt kann man doch irgendwie zum Wald gehen Das muss seine Höhle sein Ja, ähm, ich will ihm die gar nicht streitig machen also Hau ihm einen, hau ihn mit der Tür ein auf die Fresse Hat er Durst? Probier bitte die Tür auf, wenn du schon dabei bist Probier bitte die Tür auf, wenn du schon dabei bist Das brauchen wir bestimmt Der Eistpapfer hängt zu hoch Ach nee Kannst du mit der Tür drauf werfen? Oder mit dem Eimer Mit dem Eimer Ich merke dich nicht, oder was? Probierst du echt mal mit dem Eimer Einmal kann man werfen, wäre es schwer Ach, mach mal auf die Tür gehen Ach Hm Tür und Schnee, das nehmen wir schon ganze Zeit mit schleppen Was braucht man eine Tür jetzt? Äh Ey, Brücke! Tür! Okay Ja, und was nicht mit dem Rechnen ist? Da braucht man ein Tuch, oder sowas Da braucht man ein Tuch, oder sowas Da braucht man ein Tuch, oder sowas Rechen Einmal eins, nee Rauskratzen? Rauskratzen? Schade Schade Jeder normale Mensch hätte es gekonnt Ach, guter Arm Schneemann Kann man den vielleicht mal hin? Das da runter kloppen? Und den Wolf einen überbaden Das da oben, kann man mit dem Recht, kommt man dann mit der Hake dran? Echt? Ja Ey, das wäre auch mit einem gezielten Wurf mit dem Eimer gegangen Jetzt passt das doch, wo passt das mal rein? Äh, das war auf der anderen Tür Das ist ja das Brett, wo du eben bei der warst Da rechts Rechts an der Tür dran Und da Ja Du musst auf jede Taste klicken Findet den Startpunkt, von dem aus du nachher dann auf alle Pfeiltasten klickst, sodass du zuletzt auf das Zielelement in der Mitte klickst Okay, man muss Ich will den Startpunkt, sonst der Startpunkt ist Naja, du musst ja dann folgen Ja, du musst den folgen Das witzige ist, jetzt musst du ja alles anscheinend machen Ach, warte, eins runter Zwei, eins, zwei, drei, vier Nein, mach mal hier Mach mal hier Hier, guck mal, vier nach links Guck mal Ein nach rechts Drei nach unten Geht nicht, falls wieder drei hoch ist Verstehst du? Nein, drei runter Genau Eins, zwei, drei, hier unten gehen Weißt du, dann probier doch noch mal Vier Da Drei runter Ein Ein Zwei rüber Ja, funktioniert nicht Äh, eins, zwei, drei, vier Ist das gemeint? Achso, direkt Zwei Ist ganz unten Äh, eins, zwei, drei Zwei Zwei Eins, zwei, drei, vier Zwei Ja, guck, jetzt geht nicht das Ding Weil jetzt kommt nämlich das Wir machen doch eigentlich, oder? Ja, ja, aber du musst alles, alles benutzen Achso, ich muss das Was ist, wenn du bei dem anfängst? 1 2 2 8 kennen wir geblühten 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 3 1 1 1 1 2 3 4 1 2 da drunter Nein, das war da hier. Langsam. 4. 4. Nein, das kann nicht sein. Doch. 2. Hier. 1 2 3. Vorhin haben wir noch was anderes gemacht. Nein. Wenn du immer mit dem gleichen Anfängspass das gleiche. 2 3 4. 3. 1 2 3. 1. 1 2 3 4. 1. 1. 1 2 3. 1 2 3 4. 1 2. 1 2 3 4. 1 2. 1 2 3. 2. Ich weiß es nicht. Ja. Uff. Uff.